Ganz ehrlich, was soll die Diskussion? Wir reden die ganze Zeit, es gibt ja mehrere Diskussionen mittlerweile, wie wir Spieler schützen können. Ich habe noch nicht einen Vorschlag gesehen, der die Spieler wirklich schützt. Der dann wirklich auf die Gesundheit der Spieler heraus. Wo ich das Gefühl habe, es geht dann wirklich um die Frische der Spieler, um die Gesundheit der Spieler. Also ich sage mal, jedes Mal, wenn wir Leute zurückholen, dann schicken wir sie erstmal zum Arzt, weil sie entweder erkältet sind oder übermüdet sind. Die meisten haben Reisestrapazen, nicht nur Spielstrapazen. Und das geht ja nicht nur dem uns zu, sondern es geht ja vielen Mannschaften sogar noch viel schlimmer als uns. Und da denke ich immer, wenn ich immer höre, was erzählt wird und wie es dann auch abgelaufen ist. Am Ende geht es darum, wir haben einen Freitagsspieltag, der ist an einen Sender gegangen. Und dann geht es bestimmt darum, dass das Spiel dann eben auch da gezeigt wird. Da geht es dann vielleicht gar nicht mal um die Qualität des Fußballs, sondern einfach, dass ein Spiel gezeigt wird. Also was soll ich, was möchten Sie von mir hören, bis auf das ich angehe? Lassen wir mal. Binnen.